Ja, hi liebe Follower, hier ist der Depri-Frei. Ich bin extremst schockiert. Die Wupper läuft über, die Talsperre läuft über, die Flutwelle wird um 2.30 Uhr Wuppertal erreichen. Britte bringt euch in Sicherheit, falls ihr an der Wupper wohnt. Entsprechende Notunterkünfte könnt ihr über die Stadt Wuppertal erfahren. Über ihre Twitter-Seite gibt es eine Telefonnummer, wo ihr euch dran wenden könnt. Und solche Extremereignisse werden sich immer wieder holen. Weil wir Klimawandel haben. Weil die Regierungen der Welt nicht genug dagegen tun. Und unsere Regierung tut auch nicht genug dagegen. Also ich sehe überhaupt keine Investitionen in Richtung Klimaschutz. Also nicht ausreichend. Und wir haben in diesem Jahr Bundestagswahl. Ihr könnt abstimmen gegen Klimawandel, gegen Kohle-Armin. Wir können der CDU die rote Karte zeigen. Und das ist total wichtig, damit wir eine Zukunft haben. Klimawandel wird töten. Ich hoffe, dass in der Talsohle niemand zu Schaden kommt, dass niemand getötet wird. Ich mache mir extrem Sorgen um die Menschen hier. Und die Flutwelle wird jetzt kommen. Bitte bringt euch in Sicherheit. Bitte informiert andere und ruft sie an, falls sie in der Nähe der Wupper leben. Vielen, vielen Dank. Ich bin total schockiert. Bitte bringt euch in Sicherheit. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.